Musik Das Uter ist ganz fein. Und das Uter tut man einfach so fein, dass man all diese Beaderung auch gut sieht. Das ist natürlich ein milchtypisches Zeichen. Und man will auch sehen, wie fein die Haut am Uter ist. Wieso nimmst du da so Ausstellungen teil? Also bringt dir das etwas für deinen Betrieb? Oder ist es einfach ein reines Hobby? Es ist beides. Also es ist sicher ein Hobby, um dorthin zu gehen mit den anderen Züchtern, sich auszutauschen, das Feeling der Ausstellungen zu erleben und andererseits auch selbst Werbung zu sein.